Jeden Abend, wenn die Tante Klara ihre sanften Formen abgelegt, tut sie einen Blick noch unters Lager, ob sich etwa dort wer hingelegt. Und befriedigt tut sie sich die gefärbten Herrchen flechtend, wenn sie unterm Bett nicht sieht, als das, was man braucht, den Nächten. Also dann legt sich die Tante Klara in ihr weißes Federbett hinein. 48 lange, bange Jahre, schläft die Jungfrau darin ganz allein. Aber manchmal in der Nacht, hatten Tante Klara's Banken und sie verfluchte laut dem Tag, als der letzte Mann gegangen. Aber einst, als sie sich niederbeuchte, unter ihrem Bette nachzuschauen, lag ein Mensch dort unten, der beäuchte. Tante Klara, die empfand ein Graum, dass sie nicht in Ohnmacht fiel. blieb ihr ewig unverständlich und sie sagte zu dem Kerl, nichts als, ach, da sind sie endlich. Als man sie dann aufs Gericht zitierte, sprach sie von geraubten Gold allein, weil das andere sie so sehr genierte, beten, dass man nie den Dieb fing ein. Aber manchmal in der Nacht, brannte Tante Klara's Wangen und dann war ihr als Kämpf wieder so ein Dieb gegangen. Und dann war ihr als Kämpf Und dann war ihr als Kämpf. 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 Vielen Dank.